Der Verdinglichkeit gewidmet? Manitas, wie der Bildungsbürger sagt? Die sind ja unter uns, ich kann ja so reden, da stehe ich ja nicht. Die Eintagsfliege. Die Eintagsfliege war nicht in Eile und dachte sich nach einer Weile, während andere Fliegen schliefen. Was soll's mit diesen Perspektiven? Ist das morgen ungewiss, gebe ich drauf den Fliegenschiss, was ihr dann über mich so denkt. Ich setze heute auf Augenblicke, plane nur zu kurzem Zwecke, im Hier und Jetzt gemütlich hocken. Da kann man auch nicht viel verbocken. Den falschen Ehrgeiz unverdächtig, weil das Vorwärtsstreben rächt sich. Brachte der Welt ja auch nie Gutes, mal was lassen, so man tut es. Ob nur ein kleines Stück Geschichte, ob große Tiere oder Wichte, war unserer Fliege einerlei. Und ruckzuck war ein Tag vor. Und ruckzuck war ein Tag vor.